Willkommen, willkommen! Zurück, zurück hier bei Wolfenstein und dem Herrn Lück. Und unser Ziel ist es, voranzukommen. Das geht aber nur, wenn wir immer schön vorsichtig sind. Und Türen nur öffnen, wenn wir wissen, dass dahinter keiner ist. Ah, sehr schön. Wir müssen da rüber. Schnell, schnell, schnell. Welche Part ist denn das überhaupt? Sieben, ha? Hallo, hallo, hallo. Hey! An der Kirche. Okay, alles klar. Oh! Ich hab ja eigentlich alles, oder? Was wollen wir denn noch? Was wollen wir denn hier mit dem Typen? Achso, ich kann das nur kaufen? Nee, brauch ich nicht, weil das hab ich alles. Ready? Okay, drücken Sie F zum Erreichen der Kirche. Alles klar, auf geht's. Oh, Sequenz. Na, das war ja Wahnsinn. Laden Sie Ihr Schleiermedaillon in Schleier. Oh! Head for the church and help us stop them, before they destroy the rotten damn town. Okay. Was müssen wir machen? Wir müssen sie stoppen. Mit Kopfschüssen! Hab ich gehört, geht das am besten. Da drüben ist noch einer. Guck mal. Und schon müssen wir nachladen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was schießt denn da drüben? Okay. So erreichen wir gar nichts. Ich glaube, ich muss tiefer. Ja! Hey, Freund! Steh auf! Ach, manchmal ist das so, dass man sich fragt, warum ist denn das nur so? Ah, nein, nein, nein. In Deckung gehen. In Deckung gehen. Ah, noch tiefer. Okay, alles klar. Die Geschützstellung eliminieren. Flankieren wir die Bankstarte. Okay, alles klar. Das ist eine gute Idee. Das Tarte flankieren. Oder einfach Was haben wir denn? Ach! Jetzt habe ich gar keine Munition dafür. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir machen auf jeden Fall mal so. Irgendjemand versucht, mich gerade zu erschießen. Wer könnte das sein? Einmal so runter. Dann in den Schleier. Oh, sie sind verwundet. Gehen sie in Deckung. Oh, guck mal da. Geld. Geld regiert die Welt. Die sind doch für die Schäbischen. Achtung, ich komme schon wieder. Nein, halt. Er hat es aufgeladen. Okay. Geschütz haben wir. Okay. Dann machen wir mal so. Dann benutzen. Was ist denn das? Ah, okay. Ein Pino jetzt schon. Nummer 1 ist platt. Lass mich noch den zweiten herunterholen. Was kann man denn hier benutzen? Was nützt uns das denn? Das nützt mir eigentlich gar nichts, sehe ich gerade. Okay, dann geht es weiter. Nächste Station. Kontrollpunkt war ja gesichert, ne? Ganz schnell hier rüber. Zack, zack. Dann hier hoch. Und dann schießen. Schießen. Ein Stück, was machst du denn? Kommt von hinten jemand? Nein. Ich weiß ja nicht, wie schlau die Jungs sind. Am besten immer um die Füße. Wo haben wir denn noch was? Aber wird die andere Dimension nutzen? Wenn wir hier runtergehen. Das versperrt die Tür. Okay, wir nehmen die andere Dimension. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas erreichen können. Du kommst nicht vorbei. Was haben wir denn hier? Ach, der macht mich wieder voll. Alles klar. So, ist das die Nummer zwei jetzt gewesen? Boah, hier kann man nicht gleichzeitig die Kisten aufheben und dann schön Baller-Baller machen. So, MG-Nest erledigt. Wir haben es geschafft, Jungs. Los. Stürmen wir. Bösewichte. Okay, ich muss ein bisschen tiefer. Alles klar. Ich bin unterwegs. Ich beiehle mich ja schon. Was ist denn das eigentlich für eine Tür? Ach, zum Tor. Okay, alles klar. Haben wir jetzt gespeichert? Soll ich das mal machen? Okay, schnell zum Tor. Warte. Speicherst du mir das? Ich bin doch am Gate. Ich bin doch hier. Ach so, okay. Ihr habt gespeichert. Na, geht doch. Dann lass uns doch... Ha, 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 ha. Ziel erfüllt. Ich hätte bloß... bloß ein Stückchen weiter gehen brauchen. Oh, hab ich jetzt wieder diese... Ah, und... Ah, okay. So kann ich denn da jetzt nicht... Ah. So geht das. Was ist hier mit der Kiste? Ich bin nur voll. Okay. So, was ist denn unser Ziel? Können wir ein bisschen Remedemi machen. Guck mal, da oben ist noch irgendwas. Da oben ist da noch irgendwas. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Aha. Dokumente, Dokumente. Der ist doch schon... Der ist doch schon erledigt. Wo ist denn hier der Nächste? Da. Okay. Das war bis jetzt relativ einfach. Ich suche das Gefühl. Ah, wir haben die aufgehoben. Ah, ich kann... Sehr schön. Gefährlich. Wow. Decken sie die Schwäche der schweren Einheit mit dem Speyer auf. Oh. Äh, ja. Ja, mache ich gern. Wenn der mich mal in Frieden lässt. Wo ist die Schwäche dieser Einheit? Bestimmt hinten auf dem Rücken, ne? Wo ist denn der hin? Die Schwäche der Einheit. Die Schwäche der Einheit. Okay. Und noch ein? Ah. Ah. Äh. Äh, ja, ja. Weg hier. Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Sie sind... Oh. Naja. Wo ist denn der Typ hin? Da. Komm her. Können wir die Zeit auch gleich mit? Okay. Oh. Noch einen. Zellavi, mein Freund. Mach dich doch ein wenig vom Acker. Oh. 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 Was haben wir denn jetzt bekommen? Aha. Ja, nehm ich doch mit. Ist doch. Ach du Scheiße. Was macht denn diese Waffe? Die ist ein bisschen über natürlich, oder? Macht aber nix. Das wird schon seinen Grund haben. Ich glaube, das hat seinen Grund. Okay. Für die einfachen Gegner können wir doch die einfachen Waffen nehmen. Wäre ja eigentlich sonst Quatsch, oder? Mal sehen, was hier noch für schwere Einheiten kommen. Haben wir den jetzt niedergelegt? Nein, nein, nein. Kein American. Ich bin German. Au. Au. Ach, da. Au, Granate, Granate. Sie werfen wieder mit Granaten. Stört mich aber gar nicht. Juckt mich ja nicht mal. Habe ich einen erwischt da durch, oder ist das bloß Geschrei auf hohem Niveau? Hahaha. Oh. Hier steht der. Oh, den habe ich mitten in die Fresse geschossen. Scheißen, Dreck. Das wollte ich nicht. Das hat dem bestimmt nicht gefallen. Oh. Könnten wir aber immer eine Granate werfen, ne? Okay, da kann man durchschießen. Und da ist noch einer. Ach, jetzt ist er weg. Oh. Ich bin so ein schlechter Schütze geworden. Oh, was? Jungs, wie viele seid ihr denn? Wo sind die Granate gewesen? Der hat doch gerade einer. Oh, knapp. Aber wisst ihr was? Was ihr... Hm. Ich kann keine Granaten werfen. Also Rums machst es. Und dann war es das wieder. Ach, dann ist es geblinkt. Jawohl. Das ist die gute Muniz schon. Ihr wollt es euch doch nicht mit mir anlegen, oder? Dann macht es auch nicht. Oh, da ist eine Granate. Achtung. Achso. Jetzt weiß ich wieder, wo mein Nahkampf ist. So. Und jetzt nehmen wir die Dokumente. Aber wir sind doch hier nicht richtig. Ich will jetzt nichts lesen. Sterbt alle! Au! Nimm mal das hier. Achtung! Und! Ja! Hier müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Die Jungs machen keinen Spaß. Warum auch? Weil ich einen Kontrollpunkt erreicht habe. Und wo muss ich jetzt... Oh, was ist denn das? Ne, das ist nichts. Ich muss jetzt... Da durch. Durch diese Tür. Ja, genau. Aha! Zeitdehnung. Aha! Jetzt kann man der ganzen Scheiße nämlich ausweichen. Au! Oh! Ich bräuchte mal wieder ein bisschen von dem... von dem Kram. Von dem Kram. Wenn ich ehrlich bin. Da draußen rumst es in einer Tor. Und ich... sammle hier Goldsäcke ein. Und Informationen. Au! Aha. Da hat schon wieder jemand geschossen. Hups. Da ist was. Da drüben ist was. Sehr schön. Hier war doch was. Aha. Hier kann man auch lang. Mensch. Es gibt ja immer ganz spannende... Freunde. Ach! Oh! Dem habe ich in das... Popöchen geschossen. Das war natürlich nicht so gedacht. Ah! Granaten sind nicht meine besten Freunde. Egal. Ob gewollt oder ungewollt. Hä? Keep moving. Ist ja noch einer oben. Was machst du denn hier oben? Was macht ihr denn nur? Oh! Aha. Ich kann hier rüber. So, so. Ich kann also hier rüber. Ich würde jetzt aber mal... das hier probieren. Das geht irgendwie immer am besten. So, ein Einer ist ja noch. Ach! Genau hinter mir. Oh! Was habe ich denn jetzt gemacht? Das lädt danach statt, dass ich dem ehne verklinken kann. Das müsste es doch gewesen sein, oder? Gehen wir nicht auf den Senkel, Junge. Ich kann ganz schön... Ich kann ganz schön... ...bösartig sein. Das ist keine Information für mich. Wo ist denn da einer? Ah, da drüben. Aha! Okay. Da ist auch noch einer. Den sehe ich doch... ...durch die Wand. Geht aber nicht. Wieso kann der mich durch die Wand beschießen und ich den nicht? Das ist... Hey, das ist extrem unfair. Die kannst du ruhig werfen, die Granate. Die juckt ja kein... So, ich bin wieder voll. Das heißt... Wir gehen... ...hier weiter, oder was? Wo gehen wir denn lang? Hier durch die Tür? Die ist verrammelt. Ah, ich muss... ...da lang. Gut. Alles klar. Jetzt hier lang. Ich glaube, hier durch will er mich lotzen. Oder hier durch das Haus. Ich muss hoch. Jetzt bin ich hier an dem Punkt... ...wo ich schon mal war. Hier muss es doch irgendwas geben. Jetzt gehe ich geradeaus... ...hier rüber. Aha. Aha! So, so. Nehmen wir doch mal diese. Ah, hier hat der Typ vor uns gestanden. Genau, genau, genau. Ah. Lieber zurückwerfen. Ich nehme jetzt mal die Partikelpistole. Mal sehen, ob die mir was bringt. Heppala! Dann habe ich ja kein Geheimnis gefunden, ne? Ah, Spiel gespeichert. Sehr gut. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal weiter. Wieder, 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 wieder. Bis dann, dann. Ciao, tschüss. Ja, Glück. Hatte Glück. Mal kurz Waffe wechseln. Ja, da haben wir auch noch genug Schuss. Bis dann, ciao, tschüss.